Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Genau, hier haben wir einen neuen Eintrag. Es sieht so aus, als ob sich die Statue von ihrem Podest gelöst hätte. Sehr mysteriös. Und da steht auch drüber erfragen. Vielleicht sollten wir da nochmal kurz zu Lestrade gehen. Und ansonsten untersuchen sie den Tatort und befragen sie die Zeugen. Genau, und das hat natürlich alles Ähnlichkeit hier mit Tekun Uman, der ja durchbohrt wurde vom Speer von Tom Pedro Alvarado. So, naja. Und er hat aber bis zum Schluss sein Volk beschützt und sozusagen hat der Tote ja den Kalender angeblich beschützt. Aber gucken wir mal, ob das alles so wahr ist. Ich glaube, hier können wir tatsächlich... Ja. Und was ist mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Hm. Die war aus Metall. Wer auch in Schwarz zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Oh, scheint so. Dann gibt es da noch Sir Charles' Version. Aber... Fahren Sie fort. Er sagt, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie es glauben oder nicht. Er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. So wie Ihre eigene Version, meinen Sie? Hm. Könnte natürlich sein, dass sich jemand verkleidet hat und wollte, dass es so ausschaut, als wäre die Statue es gewesen. Hm. Gut. Schauen wir uns mal an der Leiche um. Also schauen wir uns die Leiche mal an. Dieser Speer kam von der Statue auf den Podest. Da ist was in der Tasche. Was ist das? Okay, bewegen. Ich muss wohl ein bisschen... Wow. Da steht ein... Okay, ich kann es irgendwie gerade nicht öffnen. Es muss doch irgendwie gehen. Ach, Mann, oh Mann. Okay, darum ging es auch nicht. Es ging nicht um das Geld. Hier haben wir eine Spieluhr. Also so eine Handtaschenuhr. Hm, hat Kratzer und Dellen. Interessant. Faszinierend. Was ist das da alles? Oh. Oh. Ist ja cool. Ah. Äh, Greystock ist auf sie draufgetreten, oder wie meint er das mit getan? Wahrscheinlich, oder? Achso, die hatten wir ja schon. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystock hat das wohl getan. Okay, er hat also... Er ist also auf diese trockenen Blätter getreten. Das heißt, das muss man gehört haben. Als er dann lang lief. Okay, ich meine, nichts mehr finden zu können. Ich hoffe es jedenfalls. Überall, wo wir hingelangen, wird's grün, ne? Seht ihr? Hm, an den Knöpfen ist nichts. Die Tasche haben wir untersucht. Da sind die Blätter, da sind die Dokumente. Hm, ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Weil grün ist der Kreis bei ihm noch nicht. Ah, man hört es auch wirklich, wenn ich da so rüberlaufe. Ja, das behauptet ihr alle immer. Wobei, bei den Charakteren wird's, glaube ich, nie grün. Ich meine, ich weiß nicht, ob man einen Toten als Charakter bezeichnen kann. Was sagt die Polizei? Wissen Sie irgendetwas? Ich denke, Holmes macht schon erste Schlussfolgerungen. Aber ich habe noch keinen großen Plan. Oh, da ist ja die Übersicht. Was für eine tolle Saison. Ja, das lief wirklich sehr gut für uns. Oh, jetzt stehe ich plötzlich woanders. Wie kann das nur sein? So, jetzt reden wir mal mit ihm hier. Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes. Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und war meine Ehre. Ich sah die Statue von Tikkun Uman wegrennen. Okay, wir machen erstmal eine Analyse, um ihn einschätzen zu können. So, was haben wir denn da? Seine Augen. Da ist so eine Brosche. Edelstein. Schlechte Qualität. Oho. Okay, interessant. Sein Gesicht. Die Augen kann ich scheinbar aber nicht in den Fokus nehmen. Aber irgendwas muss hier doch sein. Huch, Moment, sein Ohr? Nö. Okay, ich geh mal runter. Ah, was ist das? Abzeichen. War beim Militär. Und der Ring? Ring. Verheiratet. In welche Richtung muss ich jetzt? Ich glaub so rum. Ne, jetzt geh ich wieder nach oben. Egal. Komisch, dass sein Gesicht so nah zu sehen ist. Aber hier ist nichts. Okay, den Edelstein hatten wir. Ah, da drüben. Was ist das? Sozial aktiv. Einfaches Flugblatt. Ich glaube, es sieht aus, als würde da rechts sozial aktiv stehen. Und da ist noch dieses Wappen. Politisch aktiv oder Verzierung? Politisch aktiv. Okay, also er macht auf jeden Fall viel. Ich glaub, das lesen wir uns jetzt tatsächlich mal durch, damit ich die Analyse kenne, die Holmes gemacht hat. Sir Charles Gellingham ist der Leiter des Bolts Clubs, des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterie. Er war früher Soldat einer angesehenen Infanterie-Einheit. Sir Charles ist verheiratet und macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv. Zudem scheint er ein aktives Sozialleben zu haben. Okay. Ähm. Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Hm, weißt du das wirklich nicht? Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Darf ich ins Clubhouse gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben. Außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Okay, dann müssen wir wohl nochmal zu Lestrade. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Okay, Moment. Ist aber nichts Neues erschienen, oder? Ah, Moment. Nein, das rutscht gar nicht. Ähm. Nochmal schauen. Auf dem Rasen in der Nähe der Leiche lagen eine Menge trockener Blätter. Es sieht so aus, als ob der Täter sie absichtlich dort ausgelegt hatte. Hört sich das metallisch an, dann? Ich finde es eigentlich nicht, aber wenn man natürlich so ein Statuenumriss sieht, dann bildet man sich vielleicht ein, dass dieses Knirschen der Blätter sich metallisch anhört. Und dann ist man überzeugt, dass da eine Statue rumrennt. Nur Mitglieder haben Zutritt zum Clubhouse. Gut, wir pragen mal bei der Strat nach. Äh, ob der uns nicht ein Durchsuchungsbefehl besorgen kann, oder sich? Immer noch hier? Ah, super, macht er nicht. Das ist ja geil. Sie wollen also kein Durchsuchungsbefehl. Aber ich kann ja mal versuchen, ob Holmes sich da einfach reinschleicht. Hat er ja auch schon mal gemacht. Kann ihm doch eigentlich egal sein, was der sagt. Dann muss der Untersuchungen anstellen und Ende. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Oh, ach nee, ich dachte, da wäre ein offenes Fenster. Schade. Man geht da scheinbar wirklich nicht rein. Hast du doch früher auch schon gemacht. Ist doch alles kein Ding. Was ist denn eigentlich unser momentaner Ziel? Untersuchungen die den Tatel und wir fragen sie ein Zeug. Okay. Hm, was können wir denn dann jetzt noch machen? Dann fehlt uns wahrscheinlich doch noch irgendetwas. Irgendwas haben wir noch nicht gefunden. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch was fehlt. Aber nee, also das ist ja grün. Das bringt einfach nichts. Wenn es grün ist, ist es grün und Ende Gelände. Ich glaube nicht, dass da dann... Oh! Hier! Mit der Uhr ist noch was. Das ist aber grün. Okay, ich gucke nochmal auf der Rückseite. 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Aha. Jetzt haben wir das. Vielleicht können wir jetzt den Durchsuchungsbefehl beantragen. Bei Lestrade. Lestrade. Immer noch hier. Och. Ist aber auch hartnäckig, ne? Ja, eigentlich schon mit einem Durchsuchungsbefehl. Ah, da drüben ist noch ein Polizist. Ich glaube zwar nicht, dass der groß was anderes zu sagen hat, aber... Zumindest haben wir noch nicht mit ihm gesprochen. Vielleicht weiß er ja doch irgendwas. Ah, Moment. Okay. Hoch. Habt ihr das Geräusch gehört? Oh, da. Oh. Statue springt vom Podest und flieht. Oh, wie cool ist das denn? Ist ja Just... So, Just... Guck mal aus dem Glubbaum raus. Ich gehe jetzt mal zu den Stellen. Kann ich die dann näher untersuchen? Start. Cool. Ach so. Nee, Moment. Äh. Ich muss die Reihenfolge festlegen. Verstehe. Okay. Also. Statue. Greystoke tritt auf Blätter. Greystoke wird getroffen. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. So, Just... Okay, Moment. Moment. Oh, Mann. Ist gar nicht so einfach jetzt. Ich probiere einfach mal eine Reihenfolge aus. Also, ich glaube, dass er als erstes auf die Blätter tritt. Dann schleudert die Statue den Speer. Greystoke wird getroffen. So, Jarls kommt... So, Jarls. Ich sage immer So, Jarls. Kommt aus dem Clubhaus. Die Statue springt vom Podest und fliegt. Äh, flieht. Fliegt, ey. Okay. 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 Ich finde schon, dass das Sinn ergeben wurde. Na, das hört sich doch jetzt nach einer guten Analyse an, oder? Tatort Untersuchung ist abgeschlossen. Ah, jetzt klappt es vielleicht mit der Durchsuchung. Nun, Mr. Holmes, was denken Sie als mein Berater? Meine Folgerungen ähneln den Aussagen von Sir Charles. Meine Güte, Sie denken, die Statue war es? Es deutet alles darauf hin, dass der Speer vom Podest ausgeworfen wurde und Mr. Greystoke den Täter nicht bemerkte. Bestimmt. Die Journalisten werden ihre Version lieben, Mr. Holmes. Ich würde gern das Opfer und seine persönlichen Sachen untersuchen. Ja, Sie haben mich immerhin zum Lachen gebracht. Also gut, ich erlaube Ihnen die genannten Untersuchungen bei Scotland Yard, aber nicht mehr. Ermittlungen bei Scotland Yard fortsetzen. Wie ist das jetzt gemeint? Ich darf da jetzt hinreisen, oder wie? Oh, tatsächlich, ist ja cool. Den Rest lesen wir gleich im Auto, wollte ich sagen. Äh, im, ja, jetzt wollte ich in der Bahn sagen. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. In der Kutsche. Okay, das sieht er das gleiche. Äh, dann reichen wir mal nach Scotland Yard. Ist ja cool. So, Notizbuch. Was haben wir denn aktuell? Untersuchen Sie die Leiche von Zacharias Greystoke und seine persönlichen Gegenstände, die sich auf der Scotland Yard-Wache befinden. Und natürlich ganz allgemein untersuchen Sie den Mord in Zacharias Greystoke. Genau. Was haben wir hier jetzt noch? Zacharias Greystoke wurde offenbar durch den Speer der Statue von Tekun Uman getötet. Die Statue löste sich danach von ihrem Podest und flüchtete über die Mauer. Goil. Okay, hier haben wir nichts weiter. Und hier auch nicht. War ja gar nicht so viel. Oh, cool. Das geht aber auch schon weiter. Hm, hm, hm. Scotland Yard. Voll geil. An dem Ort waren wir noch nicht. Ich freue mich. Ein neuer Ort. Die neue Dinge zu entdecken. Die Leiche des Opfers liegt bereits im Autopsie-Raum. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Er ist unschuldig. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Das sieht ja cool aus hier. Haben sie schick rekonstruiert. So. Ich laufe einfach mal dahinter. Das interessiert keinen. Mich kennt hier halt jeder. Stets zu diensten, Mr. Holmes. 500 Dollar Reward. Ah, Diamantenohrringe. Na, da musst du aber viel Glück haben, dass die zurückgebracht werden. Also ich würde sie natürlich zurückbringen, aber in Zeiten, in denen es vielen nicht so gut geht, weiß ich nicht, ob so viele die dann auch zurückbringen. In einem Moment gibt es keinen Grund, Lestrade zu stören. Ah, das ist die Leichenkammer. Und da geht's durch. Okay, dann gehen wir erstmal hier zu den Beweisen, würde ich sagen. Weil da geht's dann runter. Das sieht ein bisschen aufwendiger aus. Deswegen werden wir da wahrscheinlich dann mit Watson runtergehen. Äh, ah, hier. Okay, ach, das ist nochmal. Nochmal die Uhr. Das wissen wir eigentlich schon. Das Geld wurde nicht genommen. Ein einfacher Stift. Ah, Greystock hat bereits einige Symbole übersetzt. Ach, wie cool. Kann ich das dann nicht entschlüsseln oder so? Endlich kann ich ihn mir genauer ansehen. Wow. Okay, drehen. Äh, ist immer so riesig. Boah, so schwer. Ah, hier. Ja. Und der hat ein Teil übersetzt. Oh ja. Sowas mach ich gerne. Finden. Wieso? Das sind Greystocks Notizen. Damit müssten wir die Maya-Nachricht entschlüsseln können. Okay. Also. Dann fangen wir mal an. Außer nur auch. Oh. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das kann ich wahrscheinlich erst aus dem Kontext erschließen. Ich sag erst mal auch. Okay. Ah. Auserwählt oder göttlich. Ich nehm erst mal auserwählt. Ähm. Da haben wir noch. Heilig oder erleuchtet. Wie gesagt. Das ist noch ein bisschen schwer. So ohne Kontext gerade. Äh. Oh Gott. Die Bilder sind so. So verwirrend. So ungewohnt einfach. Ich guck erst mal weiter. Huch. Die sehen irgendwie anders gemalt aus als die anderen. Siehen strange aus. So. Vergeben. Sterben. Belohnen. Belohnen? Oder sterben? Es muss was mit sterben sein, oder? Ich weiß es nicht. Äh. Okay. Sieht alle so seltsam aus. Sieht das nicht so schnell. Ich werde hier noch ein Weilchen brauchen. Da ist das da. Entweinen beenden. Ich nehm mal Entweinen. Das. Ach ne. Das ist es gar nicht. Sieht eben so ähnlich aus. Äh. Komischer Kopf. Eigentlich sind es ja alles komische Köpfe. Der da ist es. Meister oder Statue. Da war vielleicht Statue. Bestimmt geht es um irgendwie die Statue. Oder dass irgendwas damit nicht gemacht werden darf. Oder so. Was fehlt denn noch? Ich suche jetzt mal gezielt nach denen, die fehlen. Da sind ganz viele Dingerchen oben dran. Da sind so drei Punkte. Das sieht aus. Ach so. Da bin ich ja sogar drauf. Alle. Wenige. Niemand. Alle. Ah. Da ist noch. Sein. Existieren. Keine Ahnung. Welche fehlen jetzt noch? Das mit dieser Rundung. Ah. Die komischen Augen. Haus, Tempel, Dorf. Wahrscheinlich Tempel, oder? Da. Untergehen. Gnade finden. Fliegen. Jetzt fehlt noch. Hatte ich hiervon schon welche? Ja. Außer nur auch. Ähm. So, ich gucke jetzt mal gezielt nach dem da. Okay, so eine Kurve. Da. Verschlossen. Lebendig. Ups. Und das da oben, da sind so drei Punkte. Da. Verflucht. Okay, verflucht. Ah. Verflucht seien alle. Nee. Verflucht krank. Verflucht erscheinen. Verflucht seien alle. Die finden. Oder die entweihen. Den heiligen Tempel. Sterben. Nee. Belohnen lebendig. Äh. Jemine. Also das würde grundsätzlich doch Sinn ergeben, oder? Verflucht seien alle. Die entweihen den heiligen Tempel. Sie sterben. Lebendig? Das ergibt aber halt keinen Sinn. Sterben lebendig. Außer. Außerwählt Gnade finden. Außer sie finden die göttliche Gnade. Die Gnade. Sie sterben. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ja, ja, ich verstehe. Also die Details sind noch nicht richtig. Verflucht seien alle. Die entweihen den heiligen Tempel. Das heilige Haus. Heilig Haus. Heilig Tempel. Sterben. Belohnen. Außer nur göttlich. Vielleicht nur? Nein, ich glaube, ich habe etwas übersehen. Sterben. Vergeben. Belohnen. Verflucht sein. Wow, 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 wow. Nee, 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 nee. Ähm, ähm, ähm. Nee, ich möchte nicht beenden. Sorry, ich habe den falschen Knopf gerückt. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Sterben lebendig durch den Meister? Aber ich glaube, durch die Statue. Das ergibt ja auch total Sinn. Nur Auserwählte finden Gnade. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Sterben werden sie durch die lebende Statue. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Das ist nicht nur ein Kalender, sondern ein Fluch. Zacharias Greystock vom Club wurde wie vorher gesagt getötet. Oh, jetzt kann ich sogar eine erste Schlussfolgerung anstellen. Was haben wir denn da? Sir Charles war zur Tatzeit alleine im Club. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Sterben werden sie durch die lebende Statue. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Zacharias Greystock wurde durch ein Speer aus der Richtung des Podestes getötet, auf dem die Clubstatue stand. Nach der Tat sah Sir Charles die Statue wegrennen. Vielleicht das mit dem? Oder mit dem? Ist auch okay. So. Sir Charles sah die Statue von Tecun Uman wegrennen. Sir Charles sah keine Statue wegrennen. Ja, genau. Entweder er lügt oder das, was er gesehen hat, war ein Mensch. Das glaube ich auf jeden Fall. Das war keine Statue. Aber ich glaube ihm schon, dass er da tatsächlich einen Mensch gesehen hat. Mhm. Der sich angezogen hat wie die Statue, um ihn zu verwirren. Moment, gibt es keinen Grund. Okay, dann gehen wir hier runter. In die Morgue. In die Morgue. Oh, da ist er ja. Gucken wir uns kurz um, ob es hier was zum Anschauen gibt. Hm. Lecker Schädel und Sachen, die eingelegt wurden. Nom nom. Ne. Ah. Das war ein kräftiger Wurf. Der Speer hat den Körper glatt durchbohrt. Was ist das da? Im Bericht des Gerichtsmediziners werden spezifische Schäden am Herz-Kreislauf-System erwähnt. Aha. In seinem Magen wurden Spuren von Alkohol gefunden. Offensichtlich hat er vor seinem Tod noch etwas getrunken. Aha, er war also auch angetrunken. Huch. Was ist das? Diese Narben sind alt. Tja, ich kenn mich da nicht aus. Sind das Peitschnarben? Hier drang der Speer in den Körper ein. Der Mörder zielte auf das Herz. Der Speer muss von einer kräftigen und fähigen Person geworfen worden sein. Vielleicht finde ich die Verbindung zwischen Greystoke und dem Fluch im Clubhouse. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Ja. Rotes Auge. Womöglich eine schwere Infektion. Okay, das sieht ja gut aus. Da scheinen wir jetzt alles gefunden zu haben. Wir benötigen einen Durchsuchungsbefehl für das Clubhouse. Ja, da müssen wir ja jetzt Lestrade doch ein bisschen nerven. Beziehungsweise wir können gleich noch eine Kombinierungs-Action starten hier. Also, körperliche Stärken. Der Speer, der Zacharias Greystoke tötete, wurde mit großer Stärke und Genauigkeit geschleudert. Zacharias Greystoke wurde durch einen Speer aus der Richtung des Podests getötet, auf dem die Clubstatue stand. Nach der Tat sah Sir Charles die Statue wegrennen. Vielleicht. Nee. Das ist ein bisschen blöd. Man neigt dann dazu, es doch einfach auszuprobieren, zur Sicherheit. Also hier. Er wäre der Einzige, der da war. Okay. Damit hat es aber nichts zu tun. Nein, damit hat es auch nichts zu tun. Deswegen wähle ich das jetzt einfach mal nicht aus. Hm. Nee. Okay. Ich lasse es, oder? Oh Mann, ich hasse das. Ich will immer alles ausprobieren. Tut mir leid. Das ist so ein Vollständigkeitsding. Wenn es möglich ist, es auszuprobieren, dann neige ich immer dazu, es auch auszuprobieren. Hä? Ach so. Ich dachte eben, es hätte nicht geklappt. Ach. Okay. Wir klopfen halt vorher an. Es war trotzdem eben komisch. Was? Formen von Nasen. Wie geil. Sollten Sie nicht an einem Ihrer Fälle arbeiten, anstatt mich hier zu stören? Auch Ihnen einen guten Tag, Inspektor. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Nein, nein, nein. Uh. Analyse von Lestrade. Augenränge. Schlafmangel. Definitiv. Was haben wir hier noch? Oh. Was ist das? Roter Fleck. Ist Blut oder Wein? Ich glaube, es sieht aus, als wäre es Wein. Okay. Da ist ein Knopf, aber da können wir scheinbar nichts machen. Oh. Er hat einen Kater. Ha. Aspirin nimmt er deswegen. Und hier ist eine Waffe. Reinigung der Waffe ist gut gelaunt. Okay. Wenn ich meine Waffe reinige, bin ich auch immer extrem gut. Gut gelaunt. Handschrift einer Frau. Brief von Familie Robin. Huch. Und das? Duft eines teuren Parfums. Taschentuch einer Dame. Ach so, das war es schon. Er hat einen Kater und steht mit einer Dame in Kontakt. Lestrade ist übermütet. Er hat in der vergangenen Nacht schlecht oder wenig geschlafen. Er hat Wein getrunken. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Dass er seine Waffe putzt, zeigt, dass er gut gelaunt ist. Er hat ein Taschentuch als Andenken, das nach Frauenparfum duftet. Mrs. Robin, die Frau eines britischen Abgeordneten, könnte ein Grund für den momentanen Zustand von Lestrade sein. Oh, oh. Da ich nicht ins Club raus kann, brauche ich eine andere Beschäftigung. Ach, wissen Sie zufällig, ob Sir Robin in der Stadt ist? Keine Ahnung. Und wie um Himmels Willen kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte? Nun, ich hatte da mal einen Fall. In dem ging es um einen wollüstigen Inspektor. Nein, Sie irren sich. Da ist nichts Unehrenhaftes. Ach, hier, nehmen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl. Das wäre ja einfach. Er hat sich geweigert, Ihnen den Durchsuchungsbefehl zu geben? Oh nein, ich habe ihn bekommen. Ich brauche Sie jetzt eine Weile nicht, Watson. Bis später. Voll die Abfuhr erteilt. Wie haben Sie eigentlich den Durchsuchungsbefehl bekommen? Okay, darauf antwortet Holmes einfach nicht. Red mit der Hand, der schlaue Kopf will es nicht hören. Na gut, ihr Lieben, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge von Sherlock Holmes The Devil's Daughter wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.